Die digitale Reichstatistik, eine Datengebung seitens der ZBW Leibniz Informationszentrum Wirtschaft. Die Statistikdaten beziehen sich auf das deutsche Kaiserreich. Seinen förmlichen Anfang nahm das Kaiserreich in seiner Gründung im Januar 1871. Neben dem Militär prägte eine zunehmende Industrialisierung diese Zeit. So entstanden im Jahr 1888 konkrete Entwürfe für Handelsplätze wie hier der Speicherstadt in Hamburg, deren eindrucksvolle Zeugnisse wir noch heute besichtigen können. Mit der Reichsgründung wurde 1872 als zentrale Behörde das Kaiserliche Statistische Amt ins Leben gerufen. Die Themen und Lebensbereiche dieser Statistiken waren vielfältig. Die ZBW hat diesen Bestand digitalisiert und aufbereitet. Dabei ist zum einen ein eigenes Webangebot entstanden, zum anderen aber auch der nunmehr vorliegende Datensatz, mit dem man hoffentlich noch eine Menge spannender Dinge veranstalten kann.